Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten kleinen Info-Video hier auf Kops.rp und mein Name ist Torm und wie ihr schon alle entschuldigt, es ist bald Gamescom Time in 5 Tagen, wie geil ist das denn? Ich hoffe mal ihr seid da, wir sind da und zwar am 25. Sonntag, das ist der letzte Tag und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr da seid und ob ihr vielleicht auch am 25. da seid, wenn ihr da seid, was total geil wäre aber, ihr trefft uns da bestimmt sicherlich dann irgendwo ich hab mein geiles T-Shirt an, daran erkennt ihr mich ich werd jetzt auch vielleicht noch vor der Gamescom ein paar Videos mit Facecap machen da muss ich nochmal schauen, auf jeden Fall weil das ist Info-Video für die Gamescom und schreibt bitte auch in die Kommentare, ob ihr Ausschnitte von der Gamescom haben wollt das heißt, ob wir da auch Videos von der Gamescom machen sollen, was es da so für Neuigkeiten gibt und so weiter, also von neuen Spielen, über die Konsolen und sowas alles halt, einfach ein paar Ausschnitte von der Gamescom ja, das müsstet ihr mit dann alles mal so in die Kommentare hauen damit ich das alles sehen kann und genau, am 25. da wurde es auch schon wieder Tag am 25. sind wir da und hoffen euch zu sehen Tobi und ich sind dann da Flori und mein Bruder sind nicht vertreten aber dafür Tobi und ich genau, man sieht sich und in die Kommentare schreiben ich lese es euch jetzt nochmal am Rand auf, links Facecam-Videos, soll ich machen, ja oder nein? wann seid ihr auf der Gamescom, wenn ihr da seid? sollen wir auf der Gamescom irgendwelche Ausschnitte halt drehen? und das war's eigentlich ihr könnt auch noch schreiben, was ihr euch für Projekte wünscht wie zum Beispiel FIFA 14 oder so das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben aber, ja, man sieht sich und bis dahin ciao, ciao